einen wunderschönen guten tag und damit herzlich willkommen zu primal earth es hat sich nämlich seit dem letzten video einiges getan an dem spiel und ich möchte euch mal den aktuellen stand zeigen also für alle die primal earth nicht kennen das ist ähnlich wie die isle nur mit tieren und das ist momentan noch in der entwicklung ist auch noch in einem sehr frühen stadium also einige dinge sehen noch nicht so gut aus zb wenn sich das tierchen dreht aber ich finde das model von dem gepard übrigens auch neu ist schon gar nicht schlecht er ist schon ganz süß dass der schon so sounds machen kann sprinten kann er natürlich auch und mittlerweile kann die tierchen auch schwimmen oder geht ganz schön tief unter aber jetzt erstmal wieder an land er kann sich nämlich auch hinhocken und auch hinlegen sieht auch noch alles bisschen klanky aus also wie er sich bewegt so diese übergänge zwischen den animationen das ist alles noch nicht so schön wie es sein soll aber ich finde optisch sieht das spiel schon gar nicht schlecht aus man kann ja auch wieder in verschiedenen geschwindigkeiten gehen kann jetzt zum beispiel auch schneller laufen oder gehen und man kann dann natürlich auch immer noch schneller laufen und dann auch richtig sprinten das haben wir gerade schon gemacht das finde ich auch ganz cool dass es so viele verschiedene geschwindigkeiten gibt die karte hat sich übrigens auch geändert also gibt es jetzt auch schon so ein bisschen mehr bejunge wie den dschungel hier können wir auch mal kurz rein gehen und das hier ist der weibliche gepard es fängt sogar an zu regnen gerade aber der weibliche gepard ist ein bisschen kleiner aber wir sind jetzt hier gerade am meer das ist ganz gut dann können wir da mal reingehen und schwimmen okay das ist auf jeden fall noch ein bisschen zu niedrig da wird es auf jeden fall ersticken aber jetzt sehen wir ja auch schon mal die wassereffekte das auch ganz cool ist tageszeitwechsel und wetterzyklus gibt es auch schon im spiel und es gibt auch nachtsicht wird es halt alles ein bisschen heller welches tier noch neu ist nämlich ist das der löwe den weiblichen hatten wir schon gesehen aber den männlichen löwen der ist neu den kann man jetzt auch spielen sieht echt beeindruckend aus mit der mene ich finde das schwarze da unten am bauch sehr sehr cool hat schon was oder kann auch schon angreifen der männliche löwe sieht schon krass aus da sehen die animationen auch schon besser aus die übergänge dann stehen wir wieder auf hier an den toten auch schleichen kann er auch sehr cool ich kenne leider die ganzen tasten noch nicht auswendig aber ich finde das gerade alles so ein bisschen raus und jetzt voll sprint hier sehen auch die drehungen besser aus also bei dem ist das schon alles ein bisschen smoother die ganzen bewegungen und animationen da sieht man halt dass die sachen halt noch unterschiedlich weit sind von der entwicklung falls ihr nochmal den weiblichen löwen und die anderen tiere sehen wollt da verlinke ich euch das erste video wo ich das vorgestellt hatte mal für euch in der video beschreibung aber der männliche löwe den finde ich schon mal sehr sehr gut das schwimmen von dem männlichen löwen können wir uns auch mal angucken naja der bleibt mit dem köpfchen noch über wasser außer in der welle kommt gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum gepard zuschnappen kann er leider doch noch nicht aber dafür kann er auch schleichen noch ein neues tier was ins spiel gekommen ist ist das Nashorn kann auch schon zuschlagen mit seinem horn schreien kann es leider noch nicht aber es kann sich schon hinlegen und es kann auch schlafen ja auch hier sehen die drehungen noch ein bisschen komisch aus es dreht sich noch so auf der stelle ja die sounds fehlen auch noch leider mal gucken ob der schwimmen kann da bin ich gespannt geht aber auch noch zu weit unter nur dass vorn guckt raus regnet das jetzt schon wieder ich hätte euch gern mehr sonnenschein gezeigt weil das spiel sieht sehr sehr schön aus bei sonnenschein aber das wetter ist halt so ein bisschen random das langsames gehen ein bisschen schnelleres traben sage ich mal dann kann man auch noch schneller traben und sprinten oh mein gott krass einfach blitze das habe ich auch noch nicht gesehen wir haben jetzt anscheinend einen sturm das aussieht aber cool okay das gewitter ist sehr sehr atmosphärisch und das hier ist das vierte neue tier das ist der springbock der läuft jetzt hier auch im gewitter rum er ist ganz schön schnell unterwegs wie ihr sehen könnt aber man kann natürlich auch hier langsamer laufen und auch einfach nur gehen und das müsste auch noch langsamer genau ja der hat auch schon so ein paar gesten die er machen kann und der kann auch schon angreifen geht das auch schon im laufen na ne der bleibt aber stehen okay schade wäre cool wenn er Anlauf nehmen könnte und dann niemanden umstoßen könnte hinhocken kann er sich auch und auch schlafen legen und schwimmen gucken wir uns jetzt auch noch an bei dem unwetter ja auch hier geht es ein bisschen zu weit unter boah dieses gewitter ansonsten gibt es jetzt auch bei den tieren die vorher schon drin waren jeweils auch die weibliche version ich glaube vorher gab es nur die männliche männliche ist ein bisschen größer als das weibchen hier aber ansonsten ist es kein großer unterschied bei dem löwen ist es halt ein krasser unterschied deswegen habe ich euch das auch gezeigt die giraffe haben wir auch da sieht man nur den hals und da ist auch das weibchen ein bisschen kleiner da kann man dann auch den kopf sehen dann haben wir hier noch das rhino haben wir uns gerade angeguckt da ist das weibchen auch ein bisschen kleiner und den springbock hat uns auch das männchen angeguckt und das weibchen hat auch viel kleinere hörner also das ist auch ein sehr markanter unterschied dann haben wir hier noch das genu und das weibchen sieht auch anders aus also das kann man auch erkennen auch wesentlich kleiner doch die hörner sind ein bisschen kleiner und zu guter letzt haben wir bei den pflanzenfressern noch das zebra das ist auch wieder ein größenunterschied bei dem gepard das hatten wir uns glaube ich gerade schon angeguckt so ein bisschen auch hier die größe und beim löwen ist es halt natürlich am krassesten das hier ist das weibchen und das hier das männchen sieht in der vorschau ein bisschen verbuggt aus sehe ich gerade das sieht sehr sehr komisch aus aber wenn wir jetzt spawnen würden damit dann hat das wohl nicht hier vorne so ein komisches Fell außerdem gibt es jetzt auch Multiplayer-Lobbys allerdings funktionieren die noch nicht so richtig also ihr könnt ja eine sehen der Ping ist halt super super hoch man kann da auch reingehen aber ich habe bis jetzt noch keinen anderen Spieler gesehen und es laggt auch immer so ein bisschen aber kann halt auch sein dass ich den einfach nicht gefunden habe den Spieler weil ich habe jetzt auch nicht so lange das Ganze ausprobiert dann können wir ja mal einmal hier Richtung Sonne sprinten vielleicht sehen wir ja was die Karte hat sich halt auch sehr stark verändert ist aber auch noch super unfertig jedoch teilweise noch solche Texturen Fehler auf dem Boden aber vorher war das halt so ein richtig kleiner Bereich mittlerweile kann man hier schon ein bisschen weitläufiger rumlaufen es laggt sogar gerade gar nicht so doll ich würde halt mal interessieren ob ich hier einen anderen Spieler finden könnte das hier sind übrigens die Texturen die ich meinte also die Bodentexturen fehlen hier halt ein bisschen was ich gerade noch rausgefunden habe ist dass wenn man die 1 gedrückt hält also diesen 1er Call hier dass da noch was bedrohlicheres kommt nämlich das hier sieht schon ganz krass aus aber irgendwie noch so ein bisschen als wenn es in Zeitlupe wäre oder so aber das waren jetzt glaube ich erstmal alle Neuerungen die mir aufgefallen sind falls ihr das Spiel Primal Earth interessant findet und mehr davon sehen wollt dann lasst es mich mit einem Like wissen und schreibt auch gerne in die Kommentare was ihr euch noch für das Spiel wünschen würdet ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag macht's gut haut rein euer Dandi Dandi Untertitelung des ZDF, 2020